Was sind die Inhalte der Ausbildung zum Kunststoff- und Kautschuktechnologen und welche Tätigkeiten kann man später übernehmen? Also die Ausbildung besteht darin, man lernt die Maschinen, die Spritzkussmaschinen einzurichten, sprich man hängt das Werkzeug ein in die Maschine, befestigt es und dann gehört natürlich noch dazu, Wasser- bzw. Ölkreisläufe an die Form anzubringen, je nachdem welches Material man verarbeitet, müssen die Werkzeuge anders temperiert werden und dann kommt natürlich noch dazu das Einstellen der Maschine, sprich Spritzdrücke, Kühlzeiten, generell Geschwindigkeiten, wie schnell man in die Form einspritzt, die alle einzustellen, teilweise auch vielleicht auszurechnen und damit dann dafür zu sorgen, dass das Teil am Ende des Tages die Qualität hat, die der Kunde gerne wünscht. Warum hast du dich für eine technische Ausbildung entschieden? Weil ich generell einfach ein Mensch bin, der gerne aktiv ist, gerne etwas macht und nicht gerne den ganzen Tag rumsitzt und dementsprechend war es eigentlich für mich schnell klar, dass ich irgendwas Technisches machen möchte. Erzähl uns von deinem Arbeitsalltag. Ich bin jetzt in der Prozessoptimierung bei uns im Werk 2 tätig und ich sorge dafür, dass die Prozesse, also die Spritzprozesse, aber auch generelle Prozesse, Abläufe, organisatorische Dinge, dass die alle laufen und versuche, diese auch gemeinsam mit unserem Werksleiter stetig zu verbessern. Mit 24 Jahren übernimmst du bereits Führungsverantwortung. Wie ist das für dich? Anfangs war es nicht leicht, aber ich denke, ich habe schnell gelernt und konnte dem Druck ganz gut standhalten, weil ich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wurde. Aber ich habe viel daraus gelernt und generell auch viel für meinen Arbeitsalltag und generell auch meinen Alltag und für mich selber als Person viel mitgenommen. Was motiviert dich? Motivierend ist es immer, die Dinge am Ende des Tages, die Produkte, die wir herstellen, in Aktion zu sehen. Sprich, wenn wir vom Kunden ein Ausstellungsstück zugeschickt bekommen, wenn wir ein ganzes Projekt mit begleitet haben und in diesem Projekt viele unserer Spritzgustteile drinstecken und man dann sieht, hey, das ist von dir oder du siehst das, guckst dir das an und weißt, 90 Prozent davon sind von mir oder von uns, dann ist das schon ganz cool.